Was Tri-Band präsentiert? What a car! Ich glaube, das ist der Anfang vom Spiel dann wahrscheinlich, wenn es draussen ist. Okay. Hier entlang, hier gibt es nichts zu sehen. Wow, du hast... Wirst du mir hier als Wunschliste? What a car! Gut, ich habe es schon gewischt listet. Ganz kurz. Tschech... Discord, okay. Okay, schön... Schön, es hieß direkt ein QR-Code für Discord. Nein, gibt es auch noch was. Aber erstmal hier drüben. Auch Wischlisten. Ein QR-Code. Hier gibt es noch mehr zu sehen. Okay. Lass mal sehen. Oh Mann, ist das doof. So doof, als ob es gut ist. Wie kommt man da drauf? Kommt man bitte jetzt da hoch zum Wischton. Wow. Ne, das liegt da hinten nach vorne. Weird. Ich glaube, das bekommen wir nicht. Bekommen wir niemals. Und dann ab ins Ziel, oder? So doof, als ob es schon wieder gut ist. Die ganzen Bäden. Wieso Bäden? Yes. Gold. Perfekt. Tut sie auch noch was? Oh no, it's Sharkar. Sharkar. Ach du meine Güte. Oh, das war knapp. Rechts? Gab's? Gab's? Gab's was? Oh shit. Oh shit. Ich finde die Musik so nice. Das hat eigentlich bloß einen Loop, aber trotzdem irgendwie nice. Das Teil ist nochmal da hinten, und dann müssen wir nochmal da landen. Können Haie wirklich an Land schwimmen? Ich glaube eigentlich nicht, oder? What? Minen? Ist das Gold? Mal schauen. Oh no, it's Sharkar. Komm, wenigstens Silbe. Dann muss man es vielleicht einfach bloß einmal mit dem Abzeichen wettmachen. Könnte auch sein, dass es dann schon zählen wird. Knapp. Naja, ne. Komm schon. Wir müssen da schnell durch. Knapp. 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 Gold. Nice. Man muss es bloß einmal eigentlich einsammeln und schaffen und dann kann man es nochmal auf Gold machen. Gut zu wissen. Ich komme wohl jetzt. Akkordion. Was? Wo ist das Tor? Oho. 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 Ne, wir haben es nicht geschafft, Charlie. Ach, Mann. Komm, ich möcht's einsammeln. So bescheuert. No! Das ist auch immer so knapp da. Wann muss ich da landen? Ach man, ist das tot. Zählblut. Ja komm, weiter geht's. Lass mich jetzt. Ich nehme jetzt hier Zählblut mit. Ich meine, ich kann sie dann... Ich kann sie dann im richtigen Spiel alles auf Gold machen. Ich stehe jetzt hier in der Demo, was eigentlich eh keinen Sinn hat. Hier gibt es nichts zum Einsacken. Ich nehme den Charm. Oh shit, 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 shit. Da, jump! Yes! Komm schon, Gold, 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 Gold! Oh shit! Nice! Car with Hot Wheels. Und jetzt geht's! Okay, dann geht's jetzt noch ein... Warte, das... Car on Bike with Jetpack! Car on Bike with Jetpack! Car on Bike with Jetpack! Okay... Ich gehe da nicht so lang. Das mache ich hier. Oh shit! Ist das doof! Oh shit! No! Ich glaube, man hätte der abkürzen können. Da müssen wir noch was da lang. Hier ist der Charm. Hier ist der Charm. Kann man da abkürzen? Ja... Nee! Sieht nichts aus. Die Kurve ist mega schwierig. Hi Leute! Ah, vielleicht... mit mehreren Stößen? Na nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man wirklich... um die Kurve kommen. No! 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 Fuck! Alter! Boah, ist das schwierig. Sieht vielleicht einfach aus, aber... die Stellung ist echt ein bisschen... je nachdem, was das Auto ist... ziemlich anders. beim Schein... Wir haben es geschafft. Aber... wir haben ein bisschen über Umweg. Gold wird das wahrscheinlich nicht, aber ist das dann nicht? Why? Wahrscheinlich eher Silber, wenn überhaupt. Hm. Komm, wenn ich in Silber ... und dann muss man wahrscheinlich einfach den schnellsten Weg hier durch nehmen, also geradeaus eigentlich? Oh shit, 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 shit! Das sind Glocken im Hintergrund. Und was ist es? Oh, nice. Ach ja, Alter. Schön. Okay, da gibt es nichts mehr. Jetzt ist die Frage, was gibt es hier? Hier bist du genau richtig, wenn du schwere Level machst. Entwicklerbär. Okay, lass mal sehen. Wahrscheinlich werde ich jetzt völlig versagen. Totenkopf-Level. Du sollst nicht hier sein. Wenn ich ein Auto wäre, würde ich mich von hier fernhalten. Okay, ich habe das bei Gronkh schon gesehen. Man kann hier abkürzen. Oh, shit. Nee, ich hätte da durchziehen können. Ah, links wäre eigentlich... Nee, ich meine rechts. Wäre das Teil gewesen zum Springen. Hm. Ich drücke mal einmal drauf und dann schließe ich es gleich wieder. Okay, mal schauen, ob wir jetzt rechts lang können. Oh, shit, shit, shit. Das wird jetzt schon nichts. Ah, was? Ich habe es nicht bekommen. Nee. Mann. Man denkt, man wäre schon drüben und schliessen mit dem Fallschirm. Mit dem Regenschirm, bitte. Ah, das wäre auch nichts. Ah, shit. Nee, was war das? Oh, ich habe es noch gekriegt. Jetzt, Arzt, komm. Oh. Oh. Was? No. Ach, Mann. Das ist schon schwierig. Ich denke zwar, man könnte hier vielleicht ein bisschen Speed mitnehmen, wenn man die erwischt. Aber es hat eine andere Frage, ne? Und weisst du, die ganz Kurzsprünger da drüben funktionieren dann wieder nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah, komm, ich gebe mich damit zufrieden. It doesn't even rain. Wenigstens zählt der. Besser als nix. Ich glaube, es gibt noch ein Level, was wirklich ganz Schwieriges ist. Das ist hier hinten. Das ist unschaffbar. Habe ich zumindest gesehen. Warte kurz. Bis ich das gefunden habe. Tötenkipps nirgeln. So. Es soll unmöglich sein, es zu schaffen. Gib einfach rauf und kepp. Und mal schauen. We are on fire already, Mom's Spaghetti. Was? We are on fire already, Mom's Spaghetti. Oh, shit. Ja, moin. Nö. Ich glaube, man kann die Schraube machen. Theoretisch kann man die Schraube nehmen. Oder auch nicht. Es ist eigentlich beides möglich, oben oder unten lang. Aber oben ist halt das Teil hier. Was ich mitnehmen möchte. Ich will jetzt eh nichts schaffen, das Level. Kann ich ja jetzt schon sagen. Nein, das muss ich gar nicht versuchen mitzunehmen. Jetzt. Uh. Was? 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 Ich habe es geschafft, bis dahin zumindest. Alter. 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 What the hell? Alter, wenn das schafft, der ist ein Biest. Ah, shit. Das ist echt ein Biest, wenn er es schafft. Okay, nee, man muss. Man muss schon. Ey, Feuer geben. Kommt man da nicht. Lass mich Stock und Stein brechen, deine Räder. Willst du wirklich fortfahren? Das musst du nicht. Du kannst auch einfach umkehren. Ey, ich will es auch ein bisschen versuchen. Ich bin zumindest schon mal zweimal weitergekommen. Das ist schon gerade. Man kann, glaube ich, das Auto ein bisschen im Flug steuern. Dass ich das richtig sehe. Beziehungsweise die Schnauze ein bisschen. Nehmen. Nehmen. Ja, man kann den Flug steuern. Das ist es. Man kann den Flug steuern. No. Das ist schwierig. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Gamepad. Irgendwann vielleicht sie. Selbst damit ist. fast unmachbar. Unmachbar. Jetzt, jetzt, jetzt. No, no, no. Yo, 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 yo. What, what? Alter, was? Ich habe es geschafft bis hierhin. Wahrscheinlich wird es doch viel schwieriger werden. What the hell? Alter. Was? Was, was, was? Alter, was? Was? Junge, hört doch auf. No, hört doch auf. Hört doch auf. No. Wie mies. Es ist schon genug schwierig, da durchzukommen. Hä? Ich bin mir gar nicht runtergefallen. Es muss so, es muss so doof, sich anschauen, wenn ich mein Kopf da so drehe. Alter! Nee! Ich bin mir gar nicht weggekommen. Ja, genau. Blieb halb tausend mal. Okay, hier haben wir es langsam raus. Du kommst bis. Okay. Ja, gut, das ist... Okay. Okay, 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 okay. Okay. Okay Okay Ja Okay, alright Ja Jetzt kommt der Sprung Wenn man nachher nichts steuern kann Oh, shit, 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 shit What? Nicht eine Schraube What the hell Hab ich es geschafft? Ich hab es geschafft, yes What? Ja, zwar ist es Aber scheiss drauf What the hell, nice Crazy shit, das war mega schwer Aber es Das Spiel ist mega gut Ja, wie ihr seht Bitte wishlistet das Spiel, wenn es euch gefällt Das war's mit What the car Zumindest die Demo Wenn es raus ist, das ist leider erst im September glaube ich Dieses Jahres, werde ich es auf jeden Fall spielen Macht ziemlich Spass Ist zwar auch ein bisschen nervig und schwierig Aber wenn man es dann schafft Umso besser, nice Ich hab es schon auf der Wishliste Von daher Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei What the car Und bis zum nächsten Mal Irgendwo hier auf meinem Kanal Tschüss What the car Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal